Wir befinden uns hier an der BFF Bern im Angebot Grundkompetenzen für zukünftige Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit. Wer unser Angebot besucht, wird von uns in der individuellen Vorbereitung auf die Berufslehre unterstützt und erhält dadurch mehr Sicherheit für den Start. Was können Sie von uns erwarten? Unser Unterricht ist vollständig auf das berufliche Handeln der Lernenden ausgerichtet. Wir legen mit einfachen praxisnahen Beispielen die Grundlagen für die spätere Vertiefung in der Berufslehre. Natürlich kommen bei uns auch überfachliche Qualitäten nicht zu kurz. So führen wir sie beispielsweise in die Erarbeitung eines Lernjournals ein. Unsere Lernenden können ihr eigenes Notebook mitbringen und gezielt für ihre Arbeiten einsetzen. Sie wenden die gängigen Office-Programme an. Das Angebot Grundkompetenzen kann man in allen vier Berufsfachschulen, die Fage ausbilden, im Kanton Bern besuchen. Mein Name ist Jürgen Latanjana Sunderer. Ich wohne in Rubiken. Seit 20 Jahren wohne ich in der Schweiz. Ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Ich arbeite in der Pflege seit acht Jahren. Aber ein Jahr habe ich im Ostermütigen gearbeitet. Jetzt seit sieben Jahren arbeite ich im Munzingen, Alterszentrum Schlossgut. Im kurzen Moment habe ich sehr viel gelernt. Auf Deutsch habe ich Textverständnis und viel Grammatik, Artikel. Wie kann man schnell Artikel lernen. Das habe ich auch gelernt. Das ist wichtig für die Sprache. Ich habe sehr Angst gehabt. Ich habe Mühe mit dem Schreiben. Aber jetzt habe ich gar keine Mühe. Ich kann einfach ohne Mühe schnell schreiben. Mein Name ist Janina Perez-Escobar. Ich bin 25 Jahre alt in der Schweiz. Ich arbeite bei Spitez-Könitz. Ich wohne auch in Könitz. Und momentan besuche ich den Kurs Grundkompetenz in der BFF Bern. Informatik ist Herr Salzmann zuständig. Und er bringt uns bei Excel, Word, Powerpoint-Präsentation und so weiter. Dass wir einfach einen guten Start in der Fahgelehre treffen können. Ich empfehle den Kurs Grundkompetenz Fahge an verschiedenen Menschen auf die ganze Welt oder die Leute, die in der Schweiz wohnen und verschiedene Nationalitäten haben, dass sie einen besseren Start in der Fahgelehre machen können. Und dann haben sie einen besseren Überblick über das Thema und verschiedene Fächer, wie auch der Ablauf geht. Ich bin Maria Duvillo. Ich komme aus Spanien. Ich wohne in der Schweiz seit 26 Jahren. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin verheiratet, Mutter von zwei Kindern. Ich arbeite in dem Inselspital seit 23 Jahren. Zuerst habe ich 20 Jahre in der Reinigung gearbeitet. Und seit zwei Jahren und drei Monate arbeite ich im Pflege. Und jetzt habe ich mich entschieden, für die Fahge-E-Ausbildung zu melden, weil ich habe bemerkt, dass mein Traumberuf ist. Bei der Matematik ist sehr kreativ gestaltet. Wir haben zum Beispiel BMI gehabt. Da mussten wir eine ganze Woche auf die Waage zu gehen. Es war auch sehr interessant. Und dann, wir fielen selber, was die Patienten erleben. Weil ich am Morgen früher komme, immer mit der Waage. Dann ist es schon wirklich sehr gut verbunden mit unserer Arbeit. Und ich empfehle für die Leute, die nicht mehr so jung gehen, dass es nicht einfach hier ist. Aber es ist schon machbar. Und es ist eine Vorbereitung von unserer Zukunft. Wir sehen uns beim nächsten Mal.